Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer Vorstellung des Projektes Breitbandausbau für Stegen, Bruckwasen und Päuerbach. Im Zusammenhang mit der neuen oder mit einer möglichen neuen Gemeindeorganisation möchten wir diese Region auch zu einer Breitbandregion machen. Unter Breitbandregion verstehen wir, dass jedes Haus, jede Wohnung und auch jedes Unternehmen in der Region der Gemeinden Stegen, Bruckwasen einen Breitbandanschluss bekommen. Was ist nun ein Breitbandanschluss? Wir sehen das auf dem nächsten Bild. Ein Breitbandanschluss ist für die Energie AG eine Anbindung individuell für jeden Kunden mit 100 Megabit im Download und mit 50 Megabit im Upload. Und wir sehen dieses Produkt, dieses 100 Megabit Produkt zu einem nahezu sensationellen Preis von 39,90 Euro. Dieses Preis-Leistungs-Verhältnis ist ein Unikat in Österreich und gibt es sonst nirgends. Was bekommen die Kunden für 100 Megabit? Ist wahrscheinlich schwierig zu beschreiben. Ich würde das an diesem Beispiel, an diesem Wohnhaus zeigen. Ein 100 Megabit Anschluss braucht genau drei Dinge. Er muss bequem sein, er muss das notwendige Problem lösen und es muss angenehm sein. Angenehm insofern, als man beim Konsum von Internetdiensten auf die Sanduhr verzichten kann. Keine Wartezeiten. Ganz egal, welchen Dienst man aufruft, ob es ein Video, ein Fernsehen oder eine Applikation aus dem Smart-Bereich ist, die Anwendungen sind sofort da. Das ist angenehm. Viele glauben ja, dass man bei Social Media immer noch warten muss, bis die Bilder oder die Filme herkommen. Das gibt es dann in Zukunft nicht mehr. Notwendig, wahrscheinlich deshalb, weil sich unsere Lebensgewohnheiten in Zukunft völlig verändern werden. Wir werden so eine Art Integral Living bekommen, ein bisschen arbeiten, ein bisschen Freizeit und wahrscheinlich alles vermengt. Und wenn ich nun schon bei mir zu Hause einen Heimarbeitsplatz haben muss oder darf, dann sollte dieser wenigstens gut funktionieren. Ich sollte also zumindest die gleiche IP oder Internetleistung haben, wie ich es bei mir im Unternehmen habe. Und letztendlich soll ein Breitbandanschluss Bequemlichkeit bringen. Bequemlichkeit, dass ich meine Videos, meine Mails, meine Social Media Interaktionen überall in meiner Wohnung betreiben kann. Letztendlich, ob ich auf der Couch liege oder im Bad sitze oder beim Frühstück bin. Ich möchte meine Zeitung lesen, möchte OF-Tech beispielsweise anschauen und so weiter. Als erstes bekommen Sie also mit einem Breitbandanschluss, mit einem 100 Megabit Breitbandanschluss, wirklich die Convenience in Ihr Haus hinein. Als zweites bieten wir einen Telefonanschluss dazu. Okay, Telefon ist nicht mehr die neueste Technologie, aber Ihr bestehendes Telefon, das durchaus ältere Tasten- oder Wählscheibentelefon kann an unser Modem angeschlossen werden und läuft in Zukunft über das Glasfasernetz. Es ist ganz einfach, eine Rufnummernportierung bei uns beantragen. Es bleibt weiterhin diese 072-76-Vorwahl und Sie haben nach wie vor diese Telefonnummer. Alte Technologie trifft neue Technologie. Ist eine Art Symbiose, die wir hier darstellen. Trotzdem gibt es auch etwas ganz Neues und das ist das virtuelle Festnetz. Das heißt, Sie können sich eine App downloaden, die ein Festnetzapparat simuliert und mit diesem Festnetzapparat können Sie in der gesamten Wohnung mit Ihrem Smartphone festnetz telefonieren. Und das geht sogar außer Haus, kann man mitnehmen. Der Preis 2 Euro Grundgebühr, die Telefongebühren, die Sprechgebühren sind ähnlich wie bei allen anderen Providern eine kleine Spur billiger. Ein drittes Produkt, das wir im Zusammenhang mit dem Breitband anbieten, ist das Fernsehen. Wir haben ein hochqualitatives Fernsehen mit 40 HD-Kanälen zum Preis von 10 Euro. Der Preis von 10 Euro beinhaltet sämtliche HD-Kanäle, so die RTL und die Pro7-Kanäle sind also mit dabei. In diesem Dreierpaket, 100 Megabit Internet, Telefonie und Fernsehen, sind Sie für die Zukunft gerüstet. Nein, vielmehr, Sie haben die Zukunft schon jetzt mit herinnen. Und das Besondere an unserem Produktbündel ist folgendes. Wenn Sie einen 100 Megabit Anschluss haben und dann zusätzlich noch ein TV-Produkt kaufen, dann wird die Bandbreite für das Fernsehen oben aufgesetzt. Das heißt, der Fernsehdienst braucht keine Bandbreite von den 100 Megabit. 100 Megabit bleiben immer garantiert, egal wie viele Fernsehgeräte Sie verwenden. Das sind unsere grundlegenden Angebote, die wir haben. Und noch einmal zu erwähnen, diesen Dienst gibt es nur über einen Glasfaseranschluss. Und diesen Glasfaseranschluss würden wir im Zusammenspiel mit der neuen Gemeindeorganisation der drei Gemeinden Stegen, Brugwasen und Beuerbach realisieren. Darüber hinaus und eigentlich zufällig und gleichzeitig gibt es am nächsten Bild unser Smart Power Produkt. Das ist das eHome Automation Produkt. Wirklich zufällig und zeitgleich bauen wir in der Region Beuerbach gerade jetzt die Smart Meter aus. Und die Smart Meter können im Zusammenspiel mit der Loxone eHome Automation zu einer wirklichen Energiesteuerungszentrale für Ihr Haus werden. Sofern Sie auch noch möglicherweise eine Photovoltaikanlage haben, können Sie ein Energiemanagement der Extraklasse bekommen. Das bitte ich Sie sich bei uns im Kundencenter zu erkundigen. Das Smart Power Produkt ist erhältlich und kann selber installiert werden oder vom zuständigen Elektriker. Wir wissen, dass gerade Beuerbach, Brugwasen und Stegen auch eine sehr industriell rege, gewerbemäßig gut erschlossene Region ist. Wir brauchen also auch Produkte für unsere Businesskonten. In Brugwasen gibt es ja industrielle Unternehmen, es gibt große Gewerbebetriebe und alle diese Unternehmen setzen unweigerlich auf Digitalisierung. Und eine Digitalisierung und eine Netzanbindung für Unternehmen schaut einfach klarerweise völlig anders aus als ein privater Anschluss. Ein Unternehmen braucht ein lokales Netz für mehrere Arbeitsplätze. Ein Unternehmen hat ein Hauptquartier, möglicherweise auch Außenstellen, die verbunden werden müssen. Unternehmen verwenden sehr häufig bereits Cloud-Dienste und müssen natürlich auch an das World Wide Web angebunden werden. Alles muss gut abgesichert über Firewalls gemacht werden, damit auch von der Datensicherheit nichts passiert. Dieses Bild, das Sie jetzt hier sehen, ist etwas komplexer und stellt offensichtlich ein großes Unternehmen dar. So ist es nicht. Auch kleinere Unternehmen, möglicherweise ein, zwei Mann Unternehmen brauchen bereits so eine Lösung. Wenn man daran denkt, dass man vielleicht ein Unternehmen hat mit einem Büro und mehrere Mitarbeiter, die Heimarbeitsplätze haben oder die im Außendienst sind, die brauchen eine Anbindung an das Unternehmen. Und all das können wir mit unseren Power Speed Business Produkten realisieren. Auch dafür stehen Ihnen unsere Mitarbeiter gerne zur Verfügung. Das Besondere für Oberösterreich und eben auch für die Region Päuerbach ist die gerade und immer noch laufende Gewerbeförderung für Gewerbeunternehmen. Dabei wird der Glasfaseranschluss gefördert bis zu einer maximalen Höhe von 30.000 Euro mit einer 50%igen Förderquote. Und das läuft noch bis 2017. Wenn wir nun dieses Projekt realisieren, Päuerbach Region Breitband, dann sollten Sie nicht nur das Breitband in Ihrem Haus, in Ihrer Wohnung haben, sondern wir möchten das auch in die öffentlichen Plätze bringen. In diesem Bild sehen wir verschiedene öffentliche Plätze wie Tennisplätze, wie einen Fußballplatz oder hier den Stadtplatz von Päuerbach. Da überall werden wir Hotspots installieren. Überall dort, wo Menschen zusammenkommen, erhält die Gemeinde im Zusammenhang mit dem neuen Projekt auch diese Hotspots, diese Free-WLAN-Hotspot-Outdoor. Wenn man also auf den Fußballplatz geht oder Tennisplatz geht, kann man mit seinem Smartphone mit dem gleichen Account ins Internet einsteigen, wie mit dem Account, den Sie zu Hause haben. Das bezeichnen wir als regionales Roaming. Es ist wirklich ein sorgloses Paket, das wir Ihnen in diesem Zusammenhang anbieten möchten. So, und wenn wir nun dieses Projekt realisieren, dann werden wir zu jedem Grundstück, unabhängig davon, ob Sie bereits den Dienst nutzen oder nicht, ein Leerrohr verlegen. Und der Kunde, der dann den Anschluss machen will, also einen Nutzungsvertrag unterschreibt, die Dienste beanspruchen wird, der verlegt sich ein Minirohr, ein 7 bis 8 mm starkes Rohr, so stark wie der kleine Finger, auf dem eigenen Grundstück in den Keller. Im Keller wird von der Energie AG dann eine Spreißbox installiert und Sie erhalten dann zugesandt per Post eine Glasfasersteckdose mit einer Dose und mit etwa 25 Meter Kabel daran, dass Sie bei sich selber im Haus dann installieren. Die Dose bitte dort hinsetzen, wo jetzt das bestehende Modem ist und an dieses Modem werden dann der Fernseher angeschlossen und da stehen Ihnen dann diese 100 Megabit zur Verfügung. Die Arbeiten auf Ihrem Grundstück könnten Sie entweder selber machen, Sie nutzen ein bestehendes Leerrohr oder Sie beauftragen die Baufirma während des Baus, das für Sie wahrscheinlich auch gerne erledigt. Die Inhouse-Vergabelung können Sie auch selber machen oder Sie beauftragen Ihren Elektriker, der Ihre Installation kennt. In Wirklichkeit ist es eine einfache Angelegenheit, das zu machen. Wir haben schon viele Siedlungsgebiete und Gemeinden ausgebaut. In Wirklichkeit ist es die Arbeit im eigenen Haus zwar eine erste Überwindung, das zu machen, aber meine Damen und Herren, einen Fiber-to-the-home-Anschluss, einen Glasfaseranschluss werden wir in Zukunft alle brauchen, an dem wird nichts vorbeiführen. Daher ist es völlig egal, ob wir heute diese Installationsmaßnahmen machen oder erst in fünf Jahren. Wenn wir das heute machen, dann können wir sofort in den Nutzen und des Genusses eines Breitbandanschlusses kommen. Wenn Sie in einer Mehrparteien-Wohnhaus wohnen, dann bekommen Sie selbstverständlich auch unseren Breitbandanschluss mit Glasfaser in jede Wohnung. Also, genau wie ein Einfamilienhaus oder ein Mehrfamilienhaus, bekommen Sie das Produktbündel, 100 Megabit Internet, HD-Fernsehen, Telefonie in Ihre Wohnung hinein. Alles in einen, drei Medien in einem Kabel. So, wie realisieren wir das Ganze? Sie sehen hier auf diesem Bild symbolisch oder systemhaft eine Straße. Es gibt derzeit für Festnetzanbindungen drei Technologien. Eine, jawohl, das ist richtig, sehr veraltete Kupferanbindung. Diese Technologie stammt aus den 1960er Jahren. Dort wurden im Rahmen der genossenschaftlichen Telefonausbauaktivitäten Kupferkabel von einem WLAN bis in jedes Haus gelegt. Diese Technologie ist am Auslaufen und kann die zukünftige notwendige Bandbreite nicht mehr bringen. Mitbewerber von uns lösen das Problem in einer Hybrid-Version. Ein bisschen Glasfaser, sozusagen am Straßenzug Glasfaser und in das Haus hinein noch das bestehende alte Kupferkabel zu verwenden. Ja, das könnte eine vorübergehende Lösung sein. Ist mit Sicherheit besser als das, was wir jetzt haben. Aber wird das Problem der notwendigen Bandbreite der Zukunft, nämlich genau das, die Angenehmen, das Angenehme, das Notwendige und das Bequeme nicht bringen. Wir sind hundertprozentig der Überzeugung, dass ein Glasfaseranschluss bis ins Haus zu realisieren ist. Auch hier gilt, wenn wir es schon machen müssen, dann machen wir es jetzt. Es gilt die Devise Fiber Only. Und noch ein Zusatz zum Thema Mobilfunk. Die beiden Technologien Mobilfunk LTE und Glasfaser Fiber to the Home sind kein Entweder-Oder, sondern diese beiden Produkte werden gleichzeitig notwendig sein. Wenn Sie in Ihrer Wohnung sind, können Sie sich eine hochleistungsfähige Internetumgebung schaffen, die Sie allerdings auch, wenn Sie im Auto unterwegs sind oder wenn Sie draußen unterwegs sind, auch noch haben möchten. Und dazu brauchen wir LTE. Wahrscheinlich ist LTE auch ein, nicht nur wahrscheinlich, sondern sicher ist LTE ein Shared Medium. Also viele Benutzer verwenden einen Kanal und damit ist die Leistungsfähigkeit natürlich wieder eingeschränkt. So, und hier auf diesem Bild sehen Sie das Gebiet, das wir planen auszubauen. Es setzt sich zusammen aus den derzeitigen Gemeindegebieten Stegen, Brugwasen und Beuerbach. Und es ist noch einmal festzuhalten. Es kommt für den Fall, dass die Gemeindereorganisation stattfindet, zu einem hundertprozentigen Ausbau. Jedes Bauerndorf, jeder Stadtteil, jedes Haus, jeder Betrieb, jede Mehrparteienwohnung bekommt einen Glasfaseranschluss. Wir sehen, dieses Projekt ist etwas umfangreicher und es gibt natürlich auch entsprechende wirtschaftliche Voraussetzungen, die wir bei diesem Projekt berücksichtigen müssen. Diese sind in diesem Bild zu erkennen und schauen wie folgt aus. Das Gebiet Stegen, Brugwasen und Beuerbach ist zu einem größeren Teil auch Fördergebiet. Die Energie AG Telekom wird im Rahmen der BBA 2020, dieser sogenannten Breitbandmilliarde, um Fördermittel ansuchen. Sofern wir diese Fördermittel erstens bekommen, zweitens wir Fördermittel für die Leerrohrförderung bekommen. Und drittens wird dann die Anschlussförderung des Landes Oberösterreich erhalten, sind einmal drei wesentliche Voraussetzungen für den Bau geschaffen. Punkt 4. Für den Fall, dass sich die drei Gemeinden zu einer Fusionierung entscheiden, gibt es einen Sonder-PKZ für diese sogenannte Gemeindezusammenlegung. Und dieser Sonder-PKZ wird uns die Finanzierungslücke decken, die wir für einen hundertprozentigen Vollausbau bringen. Selbstverständlich ist ein hundertprozentiger Ausbau kostenintensiver, weil wir auch wirklich einzelne Häuser und einzelne Gehöfte anschließen. Und nunmehr Ihr Beitrag aus der Region Beuerbach. Für die wirtschaftliche Darstellung brauchen wir eine Teilnehmerrate von mindestens 45%. Also diese fünf Punkte, die Zuteilung der Exzessförderung, die Leerrohrförderung, die Anschlussförderung durch das Land Oberösterreich, den Sonder-PKZ durch die Gemeindezusammenlegung, sowie die 45% Mindestteilnehmerrate müssen garantiert sein. Dann beginnen wir zum Bauen. So, und nun, damit wir das möglichst rasch und zügig über die Bühne bekommen, damit auch Sie schnell zu Ihren neuen Dienstleistungen zu Convenience, zu Bequemlichkeit, zu angenehmen und notwendigen Diensten zu kommen, gibt es eine Einstiegsaktion. Die Einstiegsaktion besagt 19,90 Euro für 100 Megabit im ersten Jahr. Wer also bei uns einen Vertrag bis zum 31.12.2016 unterschreibt, bekommt das erste Jahr um 19,90 Euro. Und wenn Sie jetzt da eine Vergleichsrechnung anstellen, zu dem, was Sie jetzt bei Ihrem Provider zahlen und was Sie dann im ersten Jahr zahlen, haben Sie 100 Megabit, nämlich wirkliche 100 Megabit in jeder Sekunde, 7x24 Stunden, haben Sie billiger als das jetzige 1, 2 Megabit Angebot, mit dem man ja nicht recht viel machen kann. Zweitens, wir bieten eine Kunde-Wirbt-Kunde-Aktion an. Wenn Sie also Verträge akquirieren oder Kunden zur Unterschrift bewegen können, bekommen Sie jeweils für einen unterschriebenen Vertrag ein Monat kostenlos. Noch einmal, Einstiegsaktion läuft ausschließlich bis 31.12.2016 und Sie bekommen dafür im ersten Jahr die 100 Megabit um 19,90 Euro. So, stellt sich die Frage, werden denn überhaupt 45% mitmachen können oder mitmachen wollen? Diese Frage lässt sich sehr einfach beantworten. Wir schauen in die Nachbargemeinde, hier am Bild gezeigt, an der Nachbargemeinde Heiligenberg. Heiligenberg, da sehen Sie hier das Ortsgebiet, hat etwa 52 Häuser und wurde im Herbst vergangenen Jahres mit Fiber to the Home erschlossen und in Heiligenberg haben wir eine Teilnehmerrate über 90%. Das heißt, von den 52 Wohnhäusern haben 49 einen Vertrag unterschrieben und nutzen seit einem halben Jahr das Fiber to the Home, das 100 Megabit Produkt. Meine Frage an einen Heiligenberg war, was spürst du eigentlich für einen Unterschied zu dem, wie früher Internet war und wie heute Internet war? Der Kunde sagt mir, das ist ganz einfach. Ich mache gerne Fotobücher und wenn ich in den letzten Jahren ein Fotobuch fertig hatte und es zum Kunden uploaden musste, also hochladen, dann dauert es drei Stunden. Das war üblicherweise eine Angelegenheit, die ich nur in der Nacht machen konnte, über Nacht machen konnte. Nach drei Stunden, wenn alles gut gegangen ist, ist das Buch hochgeladen gewesen. Möglicherweise hat man zwei Versuche gebraucht. Jetzt mit dem 100 Megabit Fiber to the Home Anschluss dauert das genau drei Minuten. Also von drei Stunden zu drei Minuten und das ist wirklich Convenience. Also in Heiligenberg ist es gelungen, eine Teilnehmerrate von 90% zu erreichen. Daher gehen wir auch davon aus, dass die Region Feuerbach da sich nicht unterscheiden wird und wir mit großer Leichtigkeit die 45% zusammenbringen. Unsere Bitte, möglichst jetzt schon auf unsere Webseite zu gehen, die ich jetzt hier in diesem Bild anführe. Das ist die www.power-speed.at. Dort können Sie gleich einmal einen Verfügbarkeitstest machen. Dort können Sie einen Speedtest mit Ihrer eigenen derzeitigen Internetanbindung machen. Und bitte laden Sie sich gleich den Vertrag herunter, ausfüllen und sofort an uns zurückschicken, sodass Sie mit Sicherheit bei den Ersten dabei sind, die erschlossen werden. Natürlich ist so ein großes Projekt nicht von heute auf morgen zu realisieren. Wo werden wir zu bauen beginnen? Zu bauen beginnen wir dort, wo der größte Bedarf ist. Und der größte Bedarf signalisiert sich für uns wiederum durch die Anzahl der unterschriebenen Verträge. Ich könnte mir also vorstellen, dass in Gebieten wie zum Beispiel Stephansdorf oder Unterdreslandsbach, wo die Versorgung dermaßen schlecht ist, ja sehr schnell eine hohe Anzahl von Unterschriften vorliegen wird. Und dort werden wir auch sehr schnell zu bauen beginnen. So, wie bekommen Sie jetzt noch zusätzliche Informationen? Die Energie AG Telekom hat eine Webseite, die habe ich schon gezeigt. Das ist die www.power-speed.at. Dort bekommt man Produktinformationen. Dort haben Sie auch Informationen über den Ausbaugrad, über den Projektstatus. Darüber hinaus informieren wir die Kunden über Facebook. Es gibt eine Facebook-Seite der Energie AG Telekom. Hier gibt es Informationen zu unserem Produkt. Und vor allem sehr interessant, wir informieren über den gesamten Ausbaustatus in Oberösterreich. Hier erfahren Sie, welche Gemeinde bereits eine gesamte Erschließung hat, welche Gemeinde sich interessiert dafür, wo wir gerade bauen. Und das haben wir auf der Energie AG Telekom Facebook-Seite. Und für das Projekt Region Päuerbach haben wir eine eigene Facebook-Seite. Das ist die Power Speed Region Päuerbach. Und dort haben wir erfreulicherweise schon 500 Gruppenmitglieder. Und da möchte ich gleich die Bitte anschließen. Laden Sie weitere interessierte, bekannte, Freunde, Kollegen ein, sich in dieser Gruppe zu beteiligen. Über diese, genau über diese Facebook-Gruppe werden wir in Zukunft den Projektstatus diskutieren, Informationen geben. Es wird Facebook-Livestreams, so ähnlich wie jetzt, wird es geben. Es gibt von der Energie AG Telekom auch einen Blog. Dort informieren wir über den technischen, wirtschaftlichen, auch über sicherheitstechnische Themen, die für den Laien aufbereitet sind, ein bisschen auch für technisch interessierte Leser. Ich lade Sie ein, sich diese Beiträge anzuschauen. Und weil ich zuvor schon den Smart-Meter-Rollout, diesen Amis Smart-Meter erwähnt habe, es gibt auch zu Amis einen Facebook-Blog und ein Facebook. Und über diesen Facebook-Eintrag informieren wir Sie, wo wir gerade den Rollout der neuen Zähler in Arbeit haben. Letztendlich stehen Ihnen noch zwei weitere Informationsquellen zur Verfügung. Wir haben eine Power-Speed-Service-Hotline mit der Durchwahl 2999. Dort können Sie alle Fragen anbringen. Sie werden entweder direkt informiert oder unsere Techniker rufen Sie zurück. Und für Fragen, die speziell vor Ort gestellt werden, wie wird gebaut, wo kann man Verträge unterschreiben, wie geht die Inhouse-Installation vor sich, wo kann ich ein Modem anschließen, wie viel Fernseher könnte ich anschließen. Das alles kann Ihnen unser Regionalentwickler Ludwig Mayrhofer beantworten. Mit dem Slogan, wir sind da, wo Sie daheim sind, werden wir dieses Projekt im Falle, dass die Gemeindeorganisation auf neue Füsse gestellt wird, umsetzen. Herzlichen Dank. Wir werden Sie auf dieser Facebook-Gruppe weiter informieren. Danke und Wiedersehen. Vielen Dank.